So, willkommen zurück. Wir spielen noch ein Ründchen Let's Play StarCraft Online. Eben hatten wir ein schönes TVZ. Mal gucken, was wir jetzt so bekommen. Ich wollte auch nochmal ein TVZ spielen. Ich finde, TVZ ist einfach das geilste Match-Up. Ich bin auch sehr zufrieden aktuell, wie es läuft. Kann man nicht meckern. Läuft ganz gut. Läuft okay. Ist schön ausgeglichen. Habe ich die letzten Tage nicht geschafft, zu viel zu spielen. Aber immerhin ein paar Spiele ich immer mal gemacht. Und StarCraft macht mir auch wieder megamäßig Spaß. Tut gut, wieder zurück zu sein. Gold? Was? Gold-Tarren? Was ist denn da los? Da ist doch irgendein Haken dran. Das kann doch nicht stimmen, oder? Bin ich mal gespannt. Also ich sag mal, unter normalen Umständen sollte ich gegen den Gold-Tarren... Gott, oh Gott, ich schiebe da draußen ein Container hin und her. Unter normalen Umständen sollte ich gegen den Gold-Tarren nicht verlieren. Ich würde aber mal auf einen Early-Scout gehen, aus dem einfachen Grund nicht, dass er ein All-In spielt, weil mit einem guten gespielten All-In ist alles drin. Ist alles möglich. Deswegen gehen wir mal hier ultra-frühre Scouten. So, das hätten wir. Das verzögert sich jetzt natürlich das Gas, aber ich glaube, das ist zuvor Schmerzen. Oh, ist da kurz was gesehen? Ne. Da sehe ich was auch, das ist ein normaler Scout. Das ist kein All-In-Timing, das wäre ein komisches Timing. Außer Brudel und dritte Barracks nachziehen, dann würde es wieder hinhauen, aber das werden wir sehen. Das werden wir hier alles sehen. Das gibt er schon mal hin. Crisis Management on top. SCVs, get under attack. Come on, you need gas. Seht, was wichtig hat? Verstanden. So, das hat er aufgeschafft. Gucken wir noch ein bisschen rumgucken. Ja gut, und das sieht alles jetzt nicht nach einem Anfänger aus bisher. Und wer weiß, ich habe hier irgendeinen Humweiß übersehen. Das ist alles möglich. Supply. Da ist ein Reaper. Wo soll ich irgendwas umlegen? Schön zur Begrüßung stehen und da kommt auch mein zweiter dann hin. Das baut alles schön. Und wenn du fertig bist, kannst du da dann ja gleich ein Factory hinpflanzen. Das passt alles vom Teil her. Ich weiß gar nicht, er scheint gar nicht rausgerückt zu sein mit seinen Reborn. Das Kirmas mag, gehen wir mal raus. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen eklig wird, wenn bei mir welche reinhüpfen. Dann ist dann der Krisenmanagement angesagt. uldade吗 Hat die Reborn прис powers Giant Der Tod kommt vom Ich höre Ich höre Ich höre Ilme真的 Ich wollte mal sagen, der produziert da wahrscheinlich gerade einen Helge. Das möchte ich aber auch produzieren. Ich kann mich slim andrücken. Dann bräuchten wir noch ein Ebay. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da irgendetwas Cloud-Match in sich kommt, aber man weiß es ja nicht. Der spielt ja auch sehr defensiv. Versuchen wir noch ein bisschen hier rumzuorgen mit meinen units. Bisschen Map Präsenz zeigen, Liberator Bounce und Harvest. Alles was man ebenso braucht. Einsatz Attack Upgrade kann angeschnitten werden. Das könnte so aus werden. Was schreckt ihr denn? We finished that app. BBS bereit. Nichts, womit ich nicht fertig werde. BBS einsatzbereit. Natürlich. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Das hat er jetzt ganz gut gemacht, das muss man mal lassen. SCVs. Not enough energy. Ah, Commander. Was? Der Tod kommt von oben. Research complete. Aufgedankt und abmarschbereit. Was gibt's? Abruf bereit. Schon Upgrade? Nein, Upgrade hat er noch nicht. Ja, das war gerade ganz gut bespielt worden. Also, da kann man nicht meckern. Da habe ich nicht ganz auf ganz so aufgepasst, wie ich wollte. Ja, es ist perfekt. Ich muss noch ein bisschen einschlagen. Wir haben sie auf dem Schirm. Weitere Geräte brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt geht's. BBF bereit. Ich kann man nicht mehr kommen. Mein Reaper hat viele Kills. Also, der hat wirklich einen guten Job gemacht. Ich glaube, ich habe ihn auch relativ viele Worker und so rausgenommen. Ich glaube, was das angeht. So, den Bomben hätte ich an der Widomein zu verlieren. Den können wir ja zurückziehen und nochmal einsetzen. So, jetzt ist es Zeit für... Dann haben wir ja noch eine Armory. Zeit für Medivacs, wollte ich sagen. Ich bin gerade gar nicht dazugekommen auszusprechen. Ich darf da rüberfliegen. Du kontrollierst, was die Basen meinen Gegner so treiben. Du reparierst das Ding. Ich hab's wieder hier. Ich hab's wieder. Also, doch. Ich bin doch Benji. Bin positiv überrascht. Ich bin immerhin mit Benji. Und Benji ist schon mal eine coole Sache. Also, das ist ganz großem Respekt. Jeder, der sagt, ich spiel vielleicht nicht so gut und will das gerne lernen. Ich bin so kalt. Finde ich gut. Ich bin ja selber seit Jahren nur maximal in Diamond und gewinne ab und zu meine Spieße gegen Master. Aber das war's auch schon. Geht doch mal nicht so viel dazu, dass ich bis nicht in Sankt zu Hause bin. Das Ding brauchen wir noch. Armory vergessen. Das ist ärgerlich. Was mich tatsächlich wundert. Darum scanne ich jetzt auch mal. Ach, das ist ungeswitcht worden. Jetzt baut es eine dritte. Okay. Na gut. Dann lassen wir uns mal seine dritte bauen. Brauchen wir auf jeden Fall viele Workers. So weit gefällt mir auch meine Armee, die ich hier habe. Der kann man ganz gut arbeiten. Minerals. Minerals. Get em. Not enough minerals. Bbf bereit. Abruf bereit. Marsch bereit. Bbf einsatz bereit. Bbf einsatz bereit. Upgrades gefallen mir nicht so. Da hänge ich ein bisschen hinterher. Bbf bereit. Das ist die dealform. Hier vorne können wir uns auch mal eine Sandscreenface 해주ern können. Bis ist observations bateuflich. Alles ist eine Frage des korrekten Positionings. Wo geht es, ist es doch nicht Gold. Vielleicht ist es noch nicht Gold. Also normalerweise, wenn das jetzt richtig anstellt, habe ich viel verloren. Wenn er jetzt versucht, hier durch die Engstelle durchzumachen, weil ich habe einfach noch nicht meine Produktion, um das abzufedern, was jetzt kommen könnte. Wo? Was ist das Ziel? Durchgeladen und entsichern! Los, los, los! Ab die Post! Hey! Wir attacken unsere Basis! Was lagen wir hoch? Es kann losgehen. Ganz klar. Abmarsch bereit! Nicht genug Minerals. Minerals, jetzt! Upgrade complete! Kommt noch! Rösser, dich da raus! Die würde ich... Hier kommt! Aufgedankt und einsatzbereit! Das konnte ich mir schon denken. Ich weiß alles platt! Was ist das Ziel? Your upgrade is done! Los, get! Lauter! Was gibt's? Ab! Jetzt geht's los! Not genug Minerals. So, treuer Attackes! Ist zwar unterwegs, aber dauert halt auch noch ne ganze ganze Zeit bis das verfügbar ist. Ich hab echt schön verkackt über den Angriffgrasen. Muss ich mal so, so knallhart so sagen. Heiß machen, Jungs! Los, los, los! Nicht genug Minerals. Minerals, jetzt! Nicht genug Minerals. Hol mich jemand hier raus! Er hat auch echt überall Trotspotter. Das macht er gut. Additional Supply-Depots are required. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was liegt dir? Was liegt an? Es kann losgehen. Einsteig! Wart halt nach wie vor nur 1-0, der Kollege. Lauter! Morsch, the Minerals have up and gone. Die Minerals need. Additional Supply-Depots are required. Abmarsch bereit. Worauf soll ich ballen? Durchgeladen und entsichert. BBS Einsatz bereit. Minerals, now! Jetzt wird geblündert. Not enough Minerals. Aufgedankt! Hier, hör mich! Minerals, now! You're gonna need a tad bit more energy. BBS bereit. Aufgedankt! Bereit machen, Jungs! Das Traumlok erbaut! More Schubox-Depot-Thingies. Abmarsch bereit. Mineral-Field depleted. Los geladen, los! Wenn wir sie aufsammeln, ab die Post! Hol' mich jemand hier raus! Los, los, los! Oh Gott! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Der hat auch schon 3er Upgrades, also... Ja! Kommt noch was? Worauf soll ich ballern, Sir? Hier, was? Upgrade complete! Das ist mal kein Gold! Und was? Wir warten nur auf Sie! The Minerals have up and gone. Hier ist Action! Abmarsch bereit! Bases under attack! Additional... Your upgrade is done! Los! More Schubox-Depot-Thingies. Komm mir halt auch nicht raus. Ja, jetzt will er... Jetzt will er noch ein Killing-Proben machen. Er ist unter attack! Gut! Die Bases sind unter attack! Je Rede! Das war nicht Gold. Hehehe! Definitiv nicht! Schönes Spiel gewesen, ich hab am Anfang ein bisschen verkackt. Am Anfang habe ich echt ein bisschen verkackt. 300 APM! Ja, okay Das kommt schon ein bisschen eher hin Ich glaube, da macht sich jemand gerade einen neuen Account Ich glaube, das ist der einzige Grund dafür Ich glaube, das ist so ein Gefühl, jedes Spiel aufsteigen Ding Der oder Serana Stufe 39 Ja, nee, war ein sehr schönes Spiel Hat viel Spaß gemacht, hat mich gefreut Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss